Kommen wir nun zu einem Exkurs für Fortgeschrittene zum Visibim-Prinzip in Auszeichnungssprachen. Meine Zielgruppe dieses Exkurses sind vor allen Dingen die hauseigenen TRM-Studierenden, die noch eine große Abschlussarbeit vor sich haben. Es geht um Textproduktion und die Frage, ob man die Formatierung während der Texterstellung gleich berücksichtigen sollte oder nicht. Wer die Formatierung gleich berücksichtigen will, muss mit Office-Produkten vorlieb nehmen. OpenOffice, Microsoft Office. Wer einen eleganteren, einfachen Weg einschlagen will, der nimmt Textverarbeitungsprogramme, die dem Visibim-Prinzip folgen. What you see is what you mean. Sollten Sie Lux runterladen wollen, bedenken Sie, Sie brauchen mindestens 4 GB Festplattenkapazität. Aber es lohnt sich. Gehen wir nach Wikipedia, um mal zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Ich will nicht mit Ihnen den Text hier durchgehen, sondern Ihnen das gleich am Beispiel demonstrieren, das Prinzip. Das ist eine Seite im Web. Hier sollen, also in der Wikipedia, zig oder hunderttausende von Autoren kollektives enzyklopädisches Wissen verorten. Nun, wo holt man sie ab? Also es muss ja irgendwie auch ansprechend sein, lesbar sein, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Text, what you see is what you mean. Die Wikis dieser Welt haben dafür eine vereinfachte Auszeichnungssprache entwickelt. Das System hinter Wikipedia, PHP Software, nennt sich MediaWiki. Und die MediaWiki-Syntax finden Sie hinter diesem Tab. Wenn Sie also den Artikel geschrieben hätten, dann würden Sie, wie hier, den Text setzen. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig. Editoren, die dem VC-WIM-Prinzip folgen, wollen eines. Den formatierten Text lesbar halten. Wenn Sie sich die Seite als HTML anschauen, so werden Sie mir recht geben. Wo fällt das an? Den ganzen Vorspann nicht. Ab hier. VC-WIM ist die Abkürzung für das Prinzip und so weiter. Dass das hier nicht lesbar ist. Im Sinne wie, ich lese und verstehe es sofort und werde nicht abgelenkt. Anders in diesem Fall. In der Wikisyntax ist schwierig, ja, aber nur anfänglich. Zum Beispiel, wenn Sie Wörter hervorheben wollen, so müssen Sie nach der MediaWiki-Syntax drei Apostrophe dort setzen. Und davor und dahinter. Sie können natürlich, und das ist dann auch ein Zugeständnis an die VC-WIC-Leute, es doch mit dem Toolbar hier oben auszuzeichnen. Sie sehen, Sie haben dann dort die entsprechenden Tags. Also vereinfachte Syntax für HTML-Tags für die Hervorhebung. Typisch auch hier. Überschriften werden mit zwei Gleichheitszeichen für die zweite Ebene dargestellt. Wenn Sie die in die dritte Ebene setzen wollten, geben dann noch ein Gleichheitszeichen hinzu. Und so weiter und so fort. Wenn Sie meinen, das ist alles sehr schwierig und umständlich, Nun gut, es ist der größte gemeinsame Nenner aller Autoren dieser Welt, die sich der Enzyklopädie Wikipedia anschließen, um halbwegs schön formatierten Text zu produzieren. Noch einfacher geht es mit einer Auszeichnungssprache oder sagen wir besser Syntax und einem Programm dahinter, das sich Markdown nennt. Das ist zugegen in vielen Web-Anwendungen heutzutage. Auch auf der iVersity-Plattform können Sie in einigen Textfeldern mit Markdown auszeichnen. Schauen wir uns die Basics gerade mal kurz an. So ist das noch eine Vereinfachung gegenüber Wiki-Syntax, weil sich der Autor hier eigentlich gesagt hat, es muss so sein wie damals im Schreiben von E-Mails. Er hat auch, ganz interessant, ein Experimentierfeld hier aufgebaut, Dingus. Und das werden wir auch gleich mal testen. Das dürfen Sie dann auch auf der iVersity-Plattform testen, demnächst. Wenn Sie auszeichnen wollen in Bold, in Italic, machen Sie das mit diesen Sternchen. oder Sie wollen Bilder einbinden oder hier oben links auszeichnen. Header-Syntax ist hier auch anders definiert mit Gleichheitszeichen darunter für die Ebene 1 oder nur Minuszeichen für die Ebene 2. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel. Falls Sie sich wundern, wie es mir gelingt, ansprechenden HTML-Text zu produzieren, nehmen wir mal Hyper Hyper. Also wenn ich diese Darstellung meines Textes, die Begrüßung der Teilnehmer zum neunten Kapitel, auch setzen müsste, hätte ich größte Probleme. Ich wäre nicht in 10 Minuten fertig gewesen. Na gut, das war etwas länger. Hier sind einige stilistische Elemente. Eine solche waagerechte Linie. Hier ein Zitat. Dort ein Link. Hier eine Hervorhebung. Dort wird ein YouTube-Video eingebunden. Die Überschrift ist anders ausgezeichnet. Schauen wir uns das mal an. Das ist Markdown, was Sie in Iversity vorfinden. Wir müssen aufpassen, dass ich das Ganze nicht nochmal abschicken will. 9000 Leute ein zweites Mal damit beglücke. Und wenn Sie Dozent auf der Plattform wären, dann können Sie hier Ihren Text verzapfen und haben in der Vorschau sofort die HTML-Darstellung im Browser. Und Sie sehen hier die vereinfachte Markdown-Syntax mit etwas Unterstützung. Falls Sie sich sowas hier nicht merken können oder dass dies hier eine waagerechte Linie mit Gravur bedeuten wird, können Sie natürlich auf die Symbole entsprechend hier klicken. All das dürfen Sie in einer Diskussionsaufgabe zu dieser Unit dann auch mal ausprobieren. Ich zeige Ihnen, dass es sich tatsächlich so verhält. Kopieren wir einmal diesen Text. Und gehen wir zum Dingus-Feld von Markdown. Das ist sehr schön zum Experimentieren. Sie können hier oben also Markdown-Auszeichnungen reinsetzen. Dann das Konvertieren nach HTML und das sich auch anzeigen lassen. Tun wir das. Ja, nichts Spektakuläres. Das war bei der Diversity-Plattform genauso. Wir nutzen die Software Markdown. Und jetzt lasse ich das konvertieren. Und hier unten, das ist seine Hauptaufgabe, wir schreiben fürs Web, erzeugt Markdown valides HTML. Und darunter gerendert die Ansicht im Browser. Gehen wir einen Schritt weiter und wollen jetzt große Dokumente erfassen, die nicht unbedingt fürs Web produzieren, aber auch, sondern nach PDF exportieren und dann drucken lassen oder zwei Gutachter finden, die das lesen wollen als Bachelorarbeit. So empfiehlt sich sicherlich nicht Word, weil dann müssten Sie sich auf dieser Ebene hier begeben und alles sofort beim Schreiben schön aussehen lassen. What you see is what you get wäre dort das Prinzip in OpenOffice oder Microsoft Office. Und nicht immer ist es die Druckausgabe, was Sie hier kriegen. Ich möchte Ihnen Lüx empfehlen, was ein Frontend für das Schriftstatssystem Tech oder das Makrosystem darüber LaTeX ist. Ein Dokument zu Techen oder zu LaTechen, das ist natürlich für die hartgesottenen Informatiker etwas, aber nicht für die breite Klientel im Web. Und schauen Sie mal, wie das Lüx Autorenteam das VC-WIM-Prinzip verbunden mit etwas VC-WIC realisiert hat. Das ist nicht Markdown, das ist keine Wiki-Syntax. Das sieht schon fast ordentlich aus, aber sicherlich nicht abgabefähig oder druckreif. Und Sie sehen hier in dieser Toolbar, da kann man auch nicht viel dran drehen, Sie sollen semantisch auszeichnen. Falls Sie sich noch fragen, was diese 77xHTML 1.0 Strict-Elemente angeht, was davon semantisch ist oder nicht, nun, das ist vom Autor besteuert und gewünscht. Also Sie würden anfangen, über das Tutorium von Lüx hier zu schreiben und sagen, ja, das ist sicherlich mein Titel und wählen den Titel. Sie gehen dann weiter runter in einem Absatz, wobei es Ihnen nicht gelingt, mehr als eine Leerzeile hier einzufügen, weil Leerzeilen Trennmittel sind, aber keine semantischen Auszeichnungen. Wenn Sie das Team hier namentlich benennen wollen, dann machen Sie das über eine Fußnote. Wenn Sie also hier eine Fußnote einfügen wollten, können Sie das auf diese Weise tun. Und Sie beschäftigen sich überhaupt nicht damit, wie sieht das aus? Es muss nach unten, es braucht so einen Oberstrich, die Schrift muss kleiner sein, es muss ein bisschen eingerückt werden, es muss automatisch durchgezählt werden. Damit beschäftigen Sie sich 10 Minuten und eigentlich wollten Sie nur das da reinschreiben, oder? Okay, so viel der Vorrede. Und wenn Sie das dann wirklich gleich druckreif haben wollen, und das geht mit einem Klick, wenn Sie es nach PDF konvertieren wollen, dann wäre das hier bei Lüx dieser Knopf. Es wird über LaTeX 2, DVI, DVI 2, PDF oder ähnlichen Konvertierungsprogrammen das druckreife Dokument erzeugt. Schauen Sie, hier waren zwei Fußnoten. Und die hat er auf der Titelseite so gesetzt. Das Inhaltsverzeichnis ist mit einem Klick entstanden. Es ist typografisch perfekt. Es ist sogar als Hyperlink ausgezeichnet. Mit, ja im Title können Sie dann auch schon die Vorschau sehen. Versuchen Sie das mal mit Word, wenn Sie vorher überhaupt nicht Ihre Überschriften entsprechend einer Formatvorlage angepasst haben. Wenn Sie alles nur mit Absatzformatierung, Leerzeilen und Tabs irgendwie hübsch oder aufgehübscht haben. Das klappt nicht. Und Sie kriegen hier sehr anschaulichen Satz. Sie bauen auf, also im Sinne von Cascading Style Sheets, auf Stilvorlagen, die über 30 Jahre alt sind, von Donald E. Knuth entwickelt, mit Unterstützung von Typografen, Schriftsetzern, optimiert für wissenschaftliche Arbeiten. Soweit zum Prinzip VCWIM, was ich Ihnen wärmstens empfehle gegenüber VCWIC, wenn Sie anspruchsvolle Texte produzieren wollen. Wenn Sie fürs Web schreiben wollen, benutzen Sie nicht, das hätten Sie auch nicht getan, HTML, sondern eine Wiki-Syntax oder noch besser oder einfacher Markdown. Und das ist die Diskussionsaufgabe zu dieser Unit. Wir sehen uns dort.